Willkommen zum großen Fazit hier zum Insektenentferner Vergleich 2020. Und hier waren sehr viele Kandidaten mit dabei. Ich denke mal, wir hatten hier auch die Creme in Dilla Creme dabei, auch ein paar neue für euch, ein paar Außenseiter, auch vom Preis her. Wir hatten eigentlich alles so bunt gemischt und ich denke mal, das war eine breite und schöne Auswahl. Und wir haben uns alles angeschaut. Sprühbild, Verbrauch in Millilitern, dann natürlich Preis und Menge. Was können wir kaufen? 500ml, 750ml, auch vielleicht ein Liter und bei manchen gibt es auch einen 5-Liter-Kanister, obwohl ich das ein bisschen rausgenommen habe. Sonst wäre der Vergleich insgesamt ein bisschen schwieriger. Wir wollen ja immer einen Sprühkopf mit dabei haben und deswegen maximal hier die größte Füllmenge war ein Liter. Also das war alles mit dabei und da gab es ja schon diverse Unterschiede. Dann ging es weiter, auch mit der Materialverträglichkeit. Dann ging es weiter mit dem Wichtigsten eigentlich, der Reinigungsleistung. Auch da habe ich für euch verschiedene Kategorien eingeteilt. Schaut euch das gerne nochmal an und jetzt geht es nochmal um die große Zusammenfassung. Ich habe hier vor mir alle Daten und Fakten liegen und muss sie immer mal wieder drauf schauen, weil ich mir nicht von jedem einzelnen Reiniger hier alle Werte merken kann. Vielleicht könnt ihr das, aber ich kann es nicht. Deswegen hier alle Daten vor mir nochmal hingelegt. Und ja, ich habe auch mit Andreas nochmal zusammen hier über die ganzen Ergebnisse drüber geschaut. Und er hat das auch nochmal schön in eine große Zusammenfassung zusammengefasst für euch mit allen Kategorien, die es da so gab. Und ihr seht, die stehen alle so ein bisschen getrennt voneinander. Und das hat folgenden Grund. Schauen wir uns nach dem Intro an. Viel Spaß. So, und insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gruppen. Heißt jetzt nicht, sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend, schlecht, ultra schlecht, ab in die Tonne damit. Sondern wir wollten das für euch so detailliert wie möglich auseinandernehmen. Das heißt, wir haben hier sehr gute Insektenentferner dabei. Fangen wir mal an mit Gruppe Nummer 1. Und das sind die Insektenentferner, die uns vom Gesamtbild einfach von allen Kategorien her am meisten überzeugt haben. Hier hat eigentlich alles gestimmt, was man als Nutzer erwartet. Und da haben wir einmal, ich schaue mal nach, den Shiny Garage Bug Off. Wirklich ein sehr, sehr guter Insektenentferner. Dann haben wir den GN Q2M Bug & Grime. Und die Nummer 3 hier von ADBL, der Beetlejuice Squeezer. Und macht euch hier auf ein etwas längeres Fazit jetzt gefasst, weil ich will euch ja alles genau erklären, warum, welcher Reiniger in welcher Gruppe dabei ist. Diese drei haben es in die Top-Gruppe geschafft. Warum? Die haben eine super Reinigungsleistung. Die haben ein sehr gutes Sprühbild. Sehr, sehr fein. Schön vernebelt. Man kann genau dosieren. Man muss nicht hier Ewigkeiten einsprühen, um wirklich alles zu erwischen, weil es so ein dickes, festes Gel ist. Das ist ein schöner Spray bei allen drei Reinigern. Und da konnten sie einfach insgesamt super überzeugen. Preis stimmt. Die Füllmengen stimmen. Darum habt ihr vom Verbrauch her hier drei Reiniger, die von der Gesamtperformance her einfach super Ergebnisse gebracht haben. Darum ist auch der GN Bug & Grime mit dabei. Der ist vielleicht ein bisschen teurer, aber ihr habt so einen geringen Verbrauch und so einen feinen Spray, dass ihr alles gleichmäßig einnebeln könnt. Und nichts läuft hier in Massen nach unten, weil das braucht man beim Insektenentferner nicht. Der muss eine geschlossene Decke produzieren auf dem Lack. Und was bringt uns einen sehr extrem dickflüssiger Reiniger, der zwar in Massen drauf ist, aber dann alles nach unten läuft. Und ich muss jeden Quadrat Zentimeter hier nochmal einzeln einsprühen. Da haben wir einen mega Verbrauch. Deswegen haben wir nur die drei hier in der absoluten Top-Gruppe. Weiter geht's. Hier in der Gruppe haben wir auch Reiniger, die wirklich ein sehr, sehr gutes Bild gezeigt haben. Die haben eine sehr gute Reinigungsleistung, haben aber manchmal nicht den Top-Spray und manchmal auch nicht den besten Verbrauch. Aber immer noch so, dass wir getrost sagen können, diese Reiniger gehen hier in die Gruppe sehr gut. Also wenn man das mal so unterteilen will. Ich blende euch ja dann später auch nochmal alles ein. Also hier die Top-Gruppe, hier wirklich auch sehr gute Insektenentferner. Die sind überhaupt nicht schlechter als die hier drüben. Nur wenn man das jetzt mal ins Detail auseinandernimmt, dann wandern sie für uns einen Platz dahinter. Was aber auf keinen Fall schlecht ist. Die sind richtig gut. Also egal, ob euch hier den All Clear Valet Pro, selbst der Amazon Basic Insektenentferner hat mit seiner einfachen Formel wirklich ein schönes Bild gezeigt. Muss man ganz klar sagen, auch hier von Armor All der Insektenentferner. Auch der Dr. Wack hier das Insektenentferner-Gel 1 zu 100 mit dem Sprühkorb. Sehr schöne Sache. Auch der Auto XS war sehr, sehr gut. Und auch der Chemical Works konnte einfach hier punkten. Mit Sprühbild, mit Füllmenge, mit Reinigungsleistung und Verbrauch und alles, was dazu gehört. Also hier auch wirklich sehr gute Reiniger. Aber die drei haben einfach nochmal so die Kirsche auf den Eisbecher draufgesetzt. Also hier Gruppe 2. Und ihr werdet gleich merken, warum es hier so viele einzelne Gruppen gibt. Hier haben wir zwei Reiniger, die auch eine sehr gute Reinigungsleistung gezeigt haben. Auch ein schönes Sprühbild haben. Vor allen Dingen hier auch der Autofinesse. Und ja klar, der Kochschemie ist hier mit in der Gruppe drin. Die bilden nur so ein Zweiergespann in der Gruppe. Warum? Sie zählen eigentlich hier noch mit rein. Aber sie sind vom Preis her doch nochmal einen Tick teurer als alle, die hier drüben stehen. Ich schaue auch nochmal hier auf meine Daten drauf. Beim Kochschemie und beim Autofinesse kosten uns fünf Sprüher einfach hochgerechnet doppelt so viel Geld wie bei den anderen. Und das ist einfach so ein Punkt, deswegen mussten wir die in der Extragruppe nehmen. Das heißt, sie sind immer noch sehr, sehr gute Insektenentferner. Aber für jemanden, der einfach sagt, ich muss ein bisschen aufs Geld schauen. Ich will wirklich so wenig wie möglich Verbrauch haben. Ich will so viel und so lange wie möglich damit arbeiten können. Die müssen vielleicht eher so der Gruppe greifen, der sagt, Geld ist für mich jetzt nicht so entscheidend. Muss jeder selber entscheiden, ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn man sagt, ich will ein bisschen Geld sparen. Oder es ist auch nichts Verwerfliches, wenn jemand sagt, mir ist es jetzt egal, ob ich jetzt drei, vier Euro mehr ausgebe. Ich verdiene gut, mich interessiert das nicht. Auch das muss man absolut respektieren. Deswegen hier die Reiniger zählen eigentlich mit zu dieser Gruppe dazu, aber liegen nur aufgrund ihres etwas erhöhten Preises im Gegensatz zu denen hier noch einen Tick dahinter. Aber von der Reinigungsleistung her ist das sozusagen eine Riege. Jetzt kommen wir hier zur goldenen Mitte. Bei der Gruppe hier ist es so, die haben auch eine sehr gute Reinigungsleistung, aber das Sprühbild ist nicht das Beste. Das liegt natürlich einmal am Produkt selber, an der Viskosität. Und in Verbindung mit den Sprühköpfen habt ihr hier einen sehr hohen Verbrauch teilweise und kein schönes Sprühbild. Und das liegt jetzt nicht an der Flüssigkeit, sondern einfach an der Auswahl der Flasche, die hier vom Hersteller herausgesucht wurden. Und deswegen haben wir hier, Andreas und ich, einfach diese Reiniger nochmal in eine Extra-Gruppe gepackt, damit ihr genau wisst, okay, die haben eine sehr gute Reinigungsleistung. Aber wenn ich damit arbeite und sprühe, habt ihr ein sehr zentrales Sprühbild und auch sehr viel Produkt auf der Fläche drauf. Das ist beim Dr. Wacki CW 1 zu 100 in dieser Spezial-Edition. Da sehen wir das auf jeden Fall. Sprüht sehr zentral. Es kann natürlich auch sein, dass diese Flasche mit dem Sprühkopf irgendwann nicht mehr verfügbar ist. Deswegen ist natürlich das hier der entscheidende. Den gibt es eigentlich schon immer. Der Klassiker, das war vielleicht mal so ein Sonderangebot. Aber für jemanden, der vielleicht so eine Flasche noch sieht, der kann gleich direkt hier das alles in diese einzelnen Kategorien mit einteilen. Dann auch hier der, genau, RS1000, Sonax Insektenstar und Sonax Insektenentferner, beide hier mit drin. Und Liqui Moly ist auch mit dabei. Und die Sprühköpfe hier oben drauf erzeugen mit den Reinigern einfach ein sehr, sehr enges und zentrales Sprühbild. Das heißt, ihr müsst viel, 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 viel sprühen, um alles gut zu benetzen. Vor allem hier bei so einem Auto hinter mir, da könnte man noch ein extra Video machen. Zentrales Sprühbild gegen feinen Spray. Und ich würde hier Ewigkeiten brauchen, um das alles einzusprühen. Und das ist einfach der Grund, warum wir verschiedene Gruppen gemacht haben. Ich hoffe, es ist nachvollziehbar. Also, die Gruppe hier, wirklich alle von der Reinigungsleistung super. Aber hier finden wir ganz deutliche Unterschiede bei Sprühbild, Verbrauch und ja generell beim Sprühkopf. Und darum gibt es auch verschiedene Einteilungen. Ich denke mal, das ist so fair gemacht. Und da muss man ganz klar dazu sagen, gereinigt haben die alle sehr, sehr gut. Und da mussten wir auch jetzt bei dem Test ein bisschen priorisieren, was für uns der wichtigste Punkt. Und die Reinigungsleistung ist für uns eigentlich das ausschlaggebendste. Also die Kategorie, die am meisten Gewichtung hat. Deswegen, die nächsten, die jetzt kommen, das ist diese Gruppe. Die drei Reihen haben alle eine gute Reinigungsleistung. Da bleiben ein paar Punkte zurück, aber insgesamt können die wirklich eine schöne Reinigungsleistung aufzeigen. Und bekommen deswegen auch von uns immer noch eine Empfehlung. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, die Gruppe ist das Beste und der ganze andere Rest ist Schrott. So ist es nicht. Aber wir wollen ja für euch Unterschiede herausfinden. Und bei denen muss man sagen, hier drüben, da haben wir definitiv noch Restschmutz gehabt. Natürlich nicht in Massen, aber es waren immer deutliche Unterschiede gegenüber den ganzen Reinigern hier. Und deswegen habe ich echt lange hier diese ganze Testfläche analysiert, dieses große Feld mit den vielen verschiedenen Reinigern, um da so genau wie möglich für euch die Ergebnisse zu unterscheiden. Und deswegen haben wir auch verschiedene Kategorien gemacht. Die sind tendenziell etwas schwächer von der Reinigungsleistung gegenüber denen hier drüben. Heißt aber nicht, dass sie schlecht sind. Ich betone das nochmal. Hier bei den Reinigern haben wir auch nochmal drei Kategorien. Und ich schaue nochmal hier drauf. Einmal haben wir die Reiniger mit einem sehr feinen Sprühbild. Das ist einmal der Raccoon, Holy Hole, Fürch und der Angel Wax. Trotzdem muss man hier dazu sagen, wir haben hier massive Preisunterschiede. Also der Angel Wax kostet pro fünf Sprüher 0,02 Euro, also 2 Cent. Im Gegensatz zum Raccoon, der kostet 8 Cent. Das ist die vierfache Preisgestaltung wie beim Angel Wax. Das liegt natürlich am Verbrauch und auch am Gesamtpreis. Und deswegen auch hier schaut euch dann nochmal in Ruhe meine Auswertung an und dann könnt ihr euch das Perfekte für euch raussuchen. Also hier die Gruppe, Reinigungsleistung noch gut, aber ganz unterschiedlicher Verbrauch. Schaut da drauf. Dann kommen wir zur nächsten Gruppe. Da ist ja der Kärcher, der W5, Michelin, der Arlo ist dabei, der Drive Legons und der Ravenol. Die haben ein feines Sprühbild. Ist nicht so super schön wie bei denen hier drüben, aber immer noch vernünftig, dass man gut die Fläche einnebeln kann. Aber sind wieder in der Kategorie dabei, wo die Reinigungsleistung eher gut und okay ist. Also da gibt es Reiniger, die noch einen etwas stärkeren Performance haben. Aber insgesamt sind die Reiniger hier auf jeden Fall auch noch empfehlbar. Aber es gibt halt einfach immer noch ein paar, die in den kleinen Details noch einen Tick weiter vorn sind. Also hier haben wir ein sehr, sehr feines und schönes Sprühbild. Auch im geringen Verbrauch, aber schaut auf die Preise. Und hier haben wir generell Sprühbilder, die eher so im Mittelmaß sind, noch nichts Zentrales. Und die zentralen Sprühbilder, die findet man hier. Einmal beim Nigrin Insektenentferner, beim Nigrin Insektenentferner Evotec und beim RRC Bug Remover. Wir können auch hier nochmal schauen. Selbst beim normalen Spray, seht ihr das hier, hat der RRC immer noch ein sehr zentrales Sprühbild. Das heißt, ihr müsst hier gefühlt bestimmt einen Meter zurückgehen, dass ihr hier einen Breitenspray bekommt, dass sich das vornweit aufteilt. Aber niemand geht einen Meter weg hier vom Auto und sprüht dann auch so eine Entfernung aufs Auto. Das macht niemand. Das geht auch nicht, weil dann braucht ihr gefühlt 500 Sprühstöße, bis ihr alles vorn richtig eingenebelt habt. Also ihr geht so hier auf vielleicht 40, 50 Zentimeter maximal. Und da haben wir hier 10x10 als Fläche. Das ist viel zu wenig. Deswegen ist dann der Kategorie mit drin. Muss man dann direkt abspülen, nicht eintrocknen lassen. So, und damit haben wir noch zwei Reiniger, die von der Reinigungsleistung nochmal hinter denen hier waren. Und das war einmal der Chinese Chiefs Bug Contour. Und wir haben hier das Chemical Guys Bug & Tar Remover Shampoo. Ich sage extra Shampoo. Auf der Flasche hin steht auch nochmal eine Verdünnung drauf, wenn ihr das einfach nur als Insektenentferner nutzen wollt. Und die Verdünnung, die hier hinten angegeben ist, ist, denke ich mal, zu gering, um hier von der Performance noch ein richtig schönes Bild zu liefern. Ich hatte ja auch viele Reiniger für euch schon im Videotest und auch eigentlich alle Reiniger schon für mich im Test. Also nicht jeder Reiniger hat von mir hier schon ein richtiges Video bekommen, sondern viele werden auch hinter der Kamera und auch privat einfach getestet. Und deswegen, also jeder war schon im Einsatz, deswegen die Flaschen sind alle nicht mehr voll. Aber es gibt nicht zu jedem ein Video. Aber zum Chemical Guys zum Beispiel hatte ich auch schon ein Video. Und da muss man ganz klar sagen, also der hat nicht mehr gut gereinigt, umso stärker man den verdünnt hat. Und hier bei 1 zu 6 ist es wirklich so, dass der von der Reinigungsleistung nicht mehr unbedingt sehr, sehr stark ist. Da kann hier der ganze Rest auf jeden Fall vorn pumpen. Insgesamt muss man ganz klar sagen, dass alle Reiniger auf jeden Fall Insekten anlösen. Es gibt keinen, der komplett versagt, wo man was aufsprüht und da reinigt nichts runter. Alle reinigen, aber es gibt einfach Unterschiede, erst mal grob in der Reinigungsleistung. Und es gibt auch große Unterschiede beim Verbrauch, Füllmenge und so weiter. Und jetzt einfach zum Abschluss für euch. Was könnt ihr aus diesem Test mitnehmen? Schaut euch in Ruhe unsere Auswertung an. Nochmal die Tabelle. Sucht euch die Reiniger raus, die ihr am geeignetsten für euch haltet. Ihr wollt einen breiten Spray, ihr wollt einen geringen Verbrauch, ihr wollt eine schöne Reinigungsleistung. Und deswegen schaut ihr für euch, was ist für euch am interessantesten. Welcher ist euer Favorit? Und schreibt es mal jetzt unten in die Kommentare rein. Welchen habt ihr im Test bei euch schon gehabt und ganz, ganz lange im Einsatz? Wie seid ihr zufrieden? Habt ihr schon mehrere ausgetestet? Was ist euer Favorit? Habt ihr vielleicht einen Insektenentferner, wo ihr ganz klar sagt, der ist richtig cool. Den habe ich schon die letzten Jahre immer gehabt. Der hat einen super Sprübel, der hat eine super Reinigungsleistung. Gefällt mir super. Schreibt es gerne unten rein. Schreibt auch unten rein, wenn ihr einen Insektenentferner habt, wo ihr sagt, den habe ich früher mal ausgetestet. Der war nicht gut. Ich bin auf den und den umgestiegen. Also meldet euch mal gerne in den Kommentaren. Und ich denke mal, das war ein sehr umfangreicher Test. Also wenn ihr Fragen habt zu den Insektenentfernern oder ihr wollt nochmal eine spezielle Empfehlung von mir haben, obwohl wir das jetzt eigentlich schon gut eingegrenzt haben, dann schreibt mir gerne noch eine E-Mail oder hier bei Facebook oder Instagram oder wie auch immer. Und ich versuche euch da so schnell wie möglich weiterzuhelfen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Auch hier über PayPal und auch über die Partnershops. Nutzt gerne meinen Gutschein-Code, XRNFR hier, um mich auch hier bei sowas zu unterstützen. Ich habe hier extra auch nochmal ein paar nachgekauft, damit einfach möglichst viele von euch im Test sind und einfach die Klassiker immer mit dabei sind und jetzt kein Reiniger fehlt, der wirklich auch für die Leute, für euch zum Beispiel interessant ist. So, und ich habe jetzt jede Menge Insektenentferner zu Hause. Jetzt heißt es hier viel durch die Gegend fahren und ein bisschen Insekten sammeln, damit ich das alles auch mal verbrauche. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, beim nächsten Vergleich, Livestream, Test, was auch immer. Es wird auf jeden Fall eine coole Zeit. Es wird ein schöner Sommer und es kommen noch viele tolle Sachen auf euch zu. Und ich denke, das wird einfach spitze. Bis zum nächsten Mal. Daumen nach oben nicht vergessen. Euer Sebastian von XRNFR. Und nochmal vielen Dank an Andreas hier, meinen YouTube-Kollegen, der mit mir gemeinsam hier die Auswertung erstellt hat. Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Andreas. Und auch euch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.